Immer wieder geschehen Dinge, die man kaum glauben kann, wenn sie nicht gefilmt worden wären. In diesem Video stellen wir dir einzigartige Momente vor, die glücklicherweise der Kamera festgehalten wurden. Wenn du mehr solcher Videos von Wunderwelt sehen möchtest, dann abonniere doch gerne kostenlos unseren Kanal. Und jetzt viel Spaß! Dieser Messerwerfer schafft es durch einen halben Zentimeter großen Ring ein Messer zu werfen. Das sind diese hohen Pressure-Momente, in denen Nikolai Rogatti thrives. Er drückt in. All die Speed, die er aus dem Rollstuhl in der 1440 kann, und er landet es! Oh, das war noch leichter als letzte Nacht! Oh, das war noch leichter als letzte Nacht! Oh, das! Manche Frachtschiffe wiegen über 190 Tonnen. Leider kommt es immer wieder dazu, dass beispielsweise durch Stürme dann die Fracht herunterfällt. Dieser Autofahrer hat eine ganz besondere Technik, um mit seinem Auto einzuparken. Dieser Hund brachte seinen Besitzer sofort einen Stuhl, um sich hinsetzen zu können. Hier sieht man den Ausbruch eines Vulkans im Jahr 2018. Dadurch wurde er schlussendlich so klein, dass er dann wieder im Wasser versank. Die Frau wollte nur ein paar schöne Bilder mit dem Urang-Utan machen, doch dieser hatte schlussendlich ganz andere Ideen in seinem Kopf. Seht! Auf der Hand! Eine Hand! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Eher Halt! Lkw-Fahrer zu sein ist manchmal ziemlich hart. Und für manche Kurven, oder auch für Eingänge, benötigt man unglaubliches Geld. Und das zeigt auch der Lkw-Fahrer in Ibuk. Musik Am College gibt es jährlich ein Sportwettbewerb und eine Läuferin schafft es, die 400 Meter in unter einer Minute zu laufen. Musik Der Roboter schafft es, Flüssigkeit aufzunehmen, ohne einen Billig Liter zurückzulassen. Swiddle schafft es, innerhalb von wenigen Sekunden ein ganzes Kaninchen zu verschlägen. Musik Da immer wieder die Reifen von seinem Fahrrad kaputt waren, entschloss sich der Mann dazu, diese Konstruktion zu bauen. Musik Roberto de Ventos ist einer der besten Boxer, die es wohl jemals gab. In diesem Video versuchte er immer wieder seinen Gegner zu veralbern, indem er einfach im letzten Moment ausfiecht und der Gegner es nie schaffte, ihn zu schlagen. Musik Musik Dieser Mann baute einen Drachen und das in einer 3D-Illusion. Musik Dieser Künstler verkaufte anfangs Bilder für mehrere hundert Dollar und hier sieht man seine Reaktion, als plötzlich eines seiner Werke für über 50 Millionen Dollar verkauft wurde. Musik Hier sieht man Mike Tyson, wie er immer wieder seinen Nacken dehnt. Musik Diese Leichtathletin verlor nur knapp im 100 Meter Sprint gegen das Auto. Musik Musik Als die Angler an diesem Tag rausfuhren, konnten sie natürlich mit diesem Fang überhaupt nicht rechnen. Schlussendlich hatten sie einen extrem seltenen Fisch gefangen, welcher Flamingo farbend war. Natürlich warfen die Angler schlussendlich den Fisch wieder zurück ins Meer. Musik Musik Hier sieht man die Aufnahmen der Evergreen, als sie über 6 Tage lang den Sourcekanal versperrte. Musik 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 Im ersten Moment sieht es so aus, als ob das Flugzeug hier in der Luft steht. Doch die F-35 hat die außergewöhnliche Fähigkeit, ähnlich wie ein Hubschrauber zu landen und zu starten. Für Instagram wollte die Frau unbedingt ein paar schöne Bilder machen. Doch dabei wurde sie immer wieder vom Wind überrascht. Musik Beim Porsche Cup in Frankreich kam es zu spektakulären Aufnahmen. Dabei landete schlussendlich ein Auto auf dem Dach eines anderen. Musik Hier sieht man das Nest von einer Tarantel und darin mehrere hundert Babyspielen. Musik Durch den TV-Splay der beiden Spiele sah es so aus, als ob von einem Spiel der Ball zum anderen Spiel rüber gespielt wurde. Nachdem er diese Flüssigkeit in den Pool gegossen hat und danach beispielsweise sie mit seiner Hand oder Haut berührt, löst sie sich in Sekundenschnelle wieder auf. Gary Wolfwell zeigte im Jahr 1999 diesen unglaublichen Stunt. Mit extra angefertigten Schuhen schaffte er es dabei bei unglaublicher Geschwindigkeit hinter seinem Motorrad zu stehen und dabei mitgezogen zu werden. Der Autofahrer war gerade auf der Flucht vor der Polizei und dabei gelang ihm ein unglaubliches Kunststück und er fuhr innerhalb von Sekunden durch acht Autos durch. Hier sieht man eine kleine Ente, die von tausenden von Fischen verfolgt wird. Musik Dieser Skateboardfahrer gehört zu den besten der Welt und wenn man seine Stunt aus einer anderen Perspektive sieht, werden sie umso krasser. Musik Mach gerne mal in die Kommentare, welche der heutigen Videos du am unglaublichsten fandest. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass uns doch gerne einen Daumen nach oben da. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.